Ja, ich finde es cool, ehrlich gesagt. Ich habe ihn auch geschrieben. Ich habe, glaube ich, darf ich das sagen, geil geschrieben, aber ich finde es cool oder geil, könnt ihr wählen, egal. Ich freue mich für ihn, ich mag ihn sehr gern und das ist ein herausragender Trainer, der, glaube ich, durch seine Art, ich glaube tatsächlich Manchester United sehr, sehr gut tun wird, ohne jetzt aufs Detail eingehen zu wollen, warum ich das erwarte, aber ich glaube, dass er ihn unglaublich gut tun wird, den gesamten Klub, einfach durch seine Power und durch auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen wird, die schon total different ist zu dem, was vielleicht jetzt die letzten Jahre da passiert ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie die nächsten Wochen gute Spiele machen werden. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass er länger Trainer ist als nur bis Sommer, auch wenn er danach vielleicht dann die beratende Tätigkeit hat, aber ich glaube, dass in ihm noch viel steckt, dass er viel Lust hat und viel Power hat und ich glaube, dass aus Manchester United Sicht Glückwunsch, ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war und wünsche ihm natürlich viel Erfolg und alles Gute und ich werde dich irgendwann mal die nächsten Wochen anrufen, wenn der Stress richtig losging, dann rufe ich mal an. Ja. 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 Vielen Dank.